Geil, nichts gesehen Alter. In der Sprengung einen weggeschossen. Zu geil. Duftmörser weggenommen. Mit dem Mörser schießt er hier in die Decke? Nein, ich glaube ich spinne. Das sieht so geil aus wie die Helme wegfliegen. Er schießt mit dem Mörser hier die Decke weg und ich wundere mich warum mir das Zeug auf den Kopf fällt. Er schießt mit dem Mörser.